Der neue Streaming-Dienst Disney Plus wird noch günstiger, als wir bisher gedacht haben. Hi zusammen, das ist Fufis Film und Fernsehen in Serie. Am 24. März kommt neben Netflix und auch nach Amazon Prime Video ein neuer Streaming-Dienst zu uns nach Hause, der die ganzen Disney-Sachen zusammenfasst, also Pixar, Marvel, Star Wars, Superhelden-Serien wie WandaVision werden dabei sein, Loki, Falcon and the Winter Soldier, aber auch Star Wars-Serien wie The Mandalorian auf der ganzen Welt schon extrem erfolgreich, kommt dann endlich zu uns, es ist noch eine Obi-Wan-Serie aus dem Star Wars-Universum angekündigt, also eine ganze Menge Zeug. Bisher dachten wir, das ganze Ding kostet 6,99 Euro im Monat oder eben 69,99 Euro im Jahr. Jetzt hat Disney aber eine Sonderaktion gestartet, bis zum 23. März zahlt ihr nur 59,99 Euro für ein ganzes Jahr, das sind knapp 5 Euro im Monat, also viel, viel günstiger als Netflix oder auch Amazon Prime Video. Das bedeutet, Disney Plus bucht ihr am besten früher als später. Alle Infos dazu findet ihr jetzt auch nochmal auf unserer Homepage, klickt euch rein, film.tv slash fufis.